Okay, Truhe ist leer. Das ist jetzt auch leer. Acht, Schleuderkugeln. Gut. Damit hätten wir das hier auch mal erledigt. Scheinbar haben wir damit auch mal wieder was Gutes getan. Weil die Leute hier waren doch wieder recht zwielichtig. Haben Dämonen beschworen und alles mögliche. Und ja, es gibt halt auch einfach Orte, die haben keinen richtigen Handlungsstrang. Die sind einfach nur da, damit sie da sind. Erzählt mir mehr davon. So, jetzt schauen wir mal, ob unser Bittsteller zurückgekehrt ist schon. Hm, keine große Herausforderung. Du bist nicht unser Bittsteller. Du bist der... Genau, der Morgenmeister. Und ihr habt auch beide nichts Neues, oder? Und ihr erfüllt uns mit Stolz. Der Morgenfürst benötigt eure Fähigkeiten derzeit nicht. Er wird euch rufen, falls Bedarf besteht. Ich warte nun gut. Okay. Questloch kurz schicken. Gamebase Holora ist klar. Korgan, das machen wir noch. Treffen mit Tolgaris, dem Verhütten Magier. Das ist der Valiha-Kotala-Quest. Tierische Probleme in Handelstreff. Das Treffen mit Vael and Serrin. Ja, das ist auch Hauptquest. Die Jagd nach Valiha-Kotala. Kangaks Körper stellen wir ganz hinten an. Redis und Hertha ist gefangen zwischen den Ebenen. Können wir auch irgendwann... Müssen wir auch irgendwann mal machen. Ich gehe zu den Statuen. Hier ist nichts Ungewöhnliches gerade. Hier sind noch nicht alle gestorben. Gut. Quick Save. Der Licht da drinnen ist schwächer als die anderen Lichts. Oh, habe ich gerade wieder ja einen Zauber unterbrochen. Das ist echt wieder blöd. Das ist wesentlich aufregender als jeder Zirkus. Die Sektenplage könnte ich auf jeden Fall auf ihn zaubern. Ja, Schutz vor Lebenskraft in Zirkus. Sicher ist sicher. Braucht ihr etwas? Manus. Potenzial. Ja. So. Ich bin bereit. Gut, alles ist gesprochen. Rein da. Lange ruhte ich in den Hallen unterhalb der alten Stadt. Lange ruhte ich in Frieden. Eure Störung will nicht ungestraft bleiben. Ich helfe, wo immer ich kann. So. Leichnam unverletzt. Ja. Wurde aber auch Zeit. Ah, Zeitstopp, das ist nicht gut. Schickt sie rüber zu mir. Ich bin noch nicht fertig. Nein, 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 nein. Mit nichts brauchen wir uns noch gar nicht anlegen. Heimlich können wir uns das gerade sparen und den Autosave laden. Keine große Herausforderung. Hm. Wie ein Speerhügel. Feinde haben euch aufgelauert. Verteidigt euch. Nichts. Die Natur nimmt das Leben der Siegarten. so dass man die räuber hier das gepäck ist voll so joshimo du bist etwas angeschlagen du kriegst einen trank und weiter zu den windspeer hügel aber man die liegen immer noch hier rum tja das schlimme ist jetzt halt hier können gegner respawns sein wobei sie es bis jetzt nicht sind wenn ich will mich jetzt um 4 kümmern habe ich übrigens persönlich trankhändlerin brückenviertel vier kacktöten das habe ich zweimal drin stehen machen wir das mal so nicht brücken ehrlich start tor ach so das ist ja nicht die das ist ja englisches layout dann machen wir es so leicht in zweiter anführungszeichen töten lich lich kanal tempelbezirk töten lich lich brückenviertel töten und kankhändler kankhändler ne so hieß er nicht äh teile zu oberlich in in Hafenviertel bringen so genau ihr müsst oder hier ist er doch kein gags das muss ich gerade nochmal nachgucken das war gar doch kann gags körper wiederherstellen wenn es das ist was ihr wollt aber ja ist jetzt gerade nicht so wichtig wir können die lichs eh noch nicht töten oh vorwärts verschont keinen vorwärts max vorwärts max kratz ihnen die augen aus ich bin mhm den zauber haben wir bereits ich helfe wo immer ich was kann ich tun wow hat gut geholfen na egal die dienerin der natur ist bereit da ist er wäre jetzt wirklich schön schon erledigt na gut wir haben dessen bolzen plus eins ja mausefallen so weiter die ist das mittlerweile auch abgeklungen so wollte ich das haben ok ich war keine große herausforderung ihr müsst eure gruppe erst sammeln bevor ihr das gibt wie Untertitelung des ZDF, 2020